Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, herzlich willkommen zurück, beziehungsweise heute endlich mal wieder mit Bildqualität nach knapp eineinhalb Wochen Urlaub. Bitcoin unverändert, ziemlich bei 28.000 US-Dollar. Wir haben nochmal einen leichten Abverkauf heute Nacht gesehen, bis ungefähr 27.600 US-Dollar. Ob wir noch tiefer fallen, ob wir die 32.000 US-Dollar-Marke jetzt langsam aber sicher abschreiben müssen, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gilt, das BingX-Einzahlungsevent, wo ihr euch ganz einfach im Endeffekt US-DT einzahlt und dadurch einen Zehnerhebel Trades for free sowieso bekommt. Also nutzt es gerne aus, auch hierzu, der Link zu BingX ist unten in der Videobeschreibung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan bei knapp 28.000 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen, sehr, sehr hoch ist. Einfach aufgrund dieses WIGX, dem wir hier unten bei den 27.200 US-Dollar noch vorliegen haben. Hier unten liegt halt eben noch die Liquidität, die wir durch diesen Impuls hier nach oben hin bekommen haben, bis ungefähr knapp 30.000 US-Dollar. Ihr seht hier unten das Volumen. Das heißt, es wäre nicht unbedingt fragwürdig, wenn wir uns einfach diese Liquidität, die hier unten in diesem Bereich einfach noch liegt, nicht noch holen würden. Wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level dazu und schauen uns einfach mal an, welche wir momentan durchbrochen haben. Da sehen wir, okay, wir sind durchs Golden Pocket gefallen, wir sind durchs 0786er gefallen. Also nicht wirklich viel, was hier erst einmal für einen Abtrend erst einmal spricht, also nicht wirklich bullisch. Ich vermute auch, dass heute vielleicht gar nicht so viel passiert, weil morgen haben wir dann den Fett-Zinsentscheid und ich habe ja gestern schon mal ein bisschen angedeutet, über 80% gehen momentan davon aus, dass die Zinsen weiter erhöht werden. Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen überzeugter, dass wir doch nochmal so eine Zinserhöhung sehen. Denn sollten wir die nicht bekommen, würde das natürlich für Krypto und natürlich auch für den Aktienmarkt absolut erstmal bullisch werden, weil halt eben diese 0,25% erst einmal in den Märkten eingepreist sind. Alles, was drunter ist, ist natürlich umso besser, aber ich glaube nicht, dass, weil die Zahlen jetzt auch nicht so Bombe waren, dass die Fett hier unbedingt handeln muss, dass wir hier nochmal tiefere Zinsen sehen. Wir schauen mal ganz kurz auf den DXY an, wie es hier aussieht momentan. Wenn es laden würde, so perfekt. Wir sind hier weiterhin in dieser Range, die wir schon ungefähr seit einer Woche immer wieder angesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Range hier oben durchbrochen werden könnte. Ich bin auch ehrlich, ich versuche hier noch irgendwie einen Long-Entry zu kriegen. Sollten wir hier nochmal ein höheres Tief reinkriegen, das heißt so in den 101er-Bereich Spät-Testens meines Erachtens nach, dass wir hier auf jeden Fall long gehen, weil eben die Zinserhöhung zumindest für den Dollar, also den DXY, erst einmal bullish sein könnte und wir hier eine Recovery bis ungefähr 102,77 auf jeden Fall sehen könnten. Das würde wiederum für Bitcoin entweder ein bisschen weiterhin Seitwärtsphase bedeuten. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesehen, dass wir ein bisschen so zumindest entkoppeln von den Aktienmärkten, vom DXY und sowas. Könnte dann für Bitcoin entweder bedeuten, wir gehen noch ein bisschen seitwärts oder wir holen uns diese Lows hier unten wieder bei ungefähr 26.500 bis 26.800. Tiefer gehe ich momentan erst einmal nicht. Also das ist für mich momentan so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, dass wir uns dann hier unten nochmal gegebenenfalls long positionieren könnten in dieser grünen Box. Die Stop-Losses, die hier eben drunter liegen und da haben wir auch das letzte Mal hier bei dieser Korrektur schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Wir holen uns diese Stop-Losses, die hier unten liegen bei den 26.500 bis 26.800 Maximum, um die Liquidität aufzusammeln und dann neuen Versuchs starten bis ungefähr 32.000, 32.400 US-Dollar. Also für mich ist die Marke immer noch nicht abgeschrieben. Ich wäre nur jetzt einfach ein bisschen vorsichtig, solange wir das mit dem Zinsentscheid etc. pp. noch nicht ganz genau wissen. Deswegen werden wir uns aber dann morgen an morgen dann wieder Livestream, Donnerstag wieder Livestream und dann natürlich auch live zum FED-Zinsentscheid. Also könnte sehr, sehr interessant werden noch die Woche. Ich denke es heute erst einmal nicht so viel. Allerhöchstens in den kleineren Timeframes, dass wir nochmal eine Erholung sehen. Hier haben wir noch so eine kleine Ineffizienz bis ungefähr 29.100 US-Dollar. Die zeichne ich mal ganz kurz ein. Also dieser Bereich hier. Möglich, dass wir uns diesen Bereich nochmal holen, einfach um Liquidität reinzukriegen und dann das nächste Leg-Up nach unten hin zu bekommen. Wir ziehen auch hier mal ganz kurz das FIP-Level. Da könnte ein bisschen Übereinkunft bestehen. Perfektes Golden Pocket hier von diesem ganzen Abverkaufsniveau. Wäre eine Erholung zumindest kurzfristig bis hier hoch möglich. Und dann möglicherweise sogar ein Short-Entry bei 29.200 US-Dollar, der uns dann hier runter in die eben gerade genannte Zielzone bei 26.800 bis ungefähr 26.500 US-Dollar bringt. Aber wie gesagt, wenn wir hier in irgendwelche Trades reingehen, kommt gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe. Da kriegt ihr es dann auf jeden Fall als erstes mit. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Ist ein bisschen ruhig. Wie gesagt, morgen dann deutlich, deutlich mehr Action, denke ich einfach mal. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier übergeordnet haben wir gestern oder vorgestern drüber gesprochen. Head & Show, das Chart-Pattern. Man muss hier aber weiterhin vorsichtig sein. Wir haben uns das erste Mal die Liquidität hier unten in dieser grünen Box nochmal geholt. Haben aber auch hier noch einen ordentlichen WIG bei den ungefähr 1786. Das ist das gleiche Spiel wie bei Bitcoin 27.2. Hier haben wir bei Ethereum die 1786. Die noch möglich wären, dass wir uns die eben noch fischen. Vom Volumen sehen wir auch hier unten deutlich, deutlich mehr Volumen, was es hier noch zu fischen gibt. Das heißt, hier drunter werden eine Menge Stop-Losses liegen, die hier in dieser Range schon erste Profite genommen haben. Das heißt, für uns das erste Ziel ist erstmal klar. Hier unten dieses Level würde ich mir gerne holen bei 1786, um dann gegebenenfalls einen Long-Entry reinzutun. Und dann auch hier so ein bisschen die Ineffizienz oder das GP dann abzuholen. Wir ziehen uns das mal ganz kurz von eben unserem Dump-Level, sage ich jetzt einfach mal, bis hier hoch. Würde hier oben bei dieser 1-Stunden-Supply bei ungefähr 1888 US-Dollar liegen. Also ihr seht, wir haben hier eine Menge Variablen, die wir eingehen könnten, beziehungsweise auch sehr viele Überschneidungen, genauso bei Bitcoin, bei Ethereum. Ich würde hier gerne eine Erholung sehen, bevor wir hier wirklich das nächste Legdown nach unten hinsehen. Sollten wir hier natürlich das Golden Pocket durchbrettern. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin, dann kein Short hier oder sowas. Dann bin ich weiterhin Long eingestellt. Aber kurzfristig wäre so ein Hit ins Golden Pocket bei Bitcoin, bei Ethereum. Nicht verkehrt, um einfach diese markanten Level hier oben abzuholen und dann nochmal einen kleineren Abverkauf zu sehen. Ethereum habe ich weiterhin so 1.755 bis ungefähr 1.700 US-Dollar im Blick für die nächste Korrektur, sollte die denn kommen. Man muss aber auch dazu sagen, umso länger wir uns zeitwärts bewegen, desto niedriger wird der RSI. Das heißt, wir nehmen die ganze Impulsivität aus dem Markt erstmal raus, die ganze hitzige Phase. Und könnten dann mit neuem Schwung Richtung 32.000 oder sogar 35.000 US-Dollar gehen. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin, Ethereum und dem DXY. Wir blicken nochmal ganz, ganz kurz auf den DAX. Wie sieht es da aus? Wir haben immer noch nicht die 16.000er Marke geknackt. Klar, gestern war Feiertag. Heute wird es interessant. Schauen wir mal, was da heute noch geht. Sollte ich hier irgendwie einen Short reingehen. Ist geplant so um die 16.000 bzw. knapp davor einfach mal einen Short zu probieren mit einem Stop-Loss über diesen 16.200 US-Dollar. Gebe ich dann aber alles noch bekannt. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu den News. Die besten Anwendungsfälle des Bitcoin Lightning Networks. Es gibt viele. Lest euch den Artikel gerne durch. Der müsste mittlerweile, glaube ich, auch schon in der Telegram-Token-Signalgruppe drin sein. Ansonsten schaut da gerne rein bei CryptoGuru. Und ja, dann würde ich sagen, später gibt es noch ein kleines Altcoin oder Low-Cap-Projekt. Schon mal so ein bisschen anteasern. Jetzt wird wahrscheinlich wieder täglich zwei, drei Videos auf jeden Fall kommen nach dem Urlaub. Und ja, ich freue mich wieder drauf. Also später, wie gesagt, nochmal ein kleines Update zu einem kleinen Altcoin. Mit meines Erachtens nach sehr, sehr viel Potenzial und gutem Use-Case auf jeden Fall. Schauen wir uns später an. Und dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Lass dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat von euch. Und wie gesagt, BingX Einzahlungsevent. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Free-Trades abzugreifen, meldet euch einfach an unten mit dem Link. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann auf jeden Fall später wieder. Und ja, Telegram-Gruppe join. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start an den Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.